Ich werde oft gefragt, warum tust du das an? Die Arbeitszeiten, die Konflikte, die Gefahren. Aber man kann das nicht erklären. Man muss es leben. Es ist eine Lebenseinstellung. Lebe es oder lass es. SDH ist euer Ansprechpartner für alles. Von der Planung über das Equipment bis zur Durchführung. Immer absolut ehrlich, kompetent, bodenständig, zuverlässig. Wir arbeiten mit SDH zusammen, weil das Vertrauensverhältnis und die Kommunikation passt und alle vergangenen Veranstaltungen bisher ein voller Erfolg waren. Es gibt viele Sicherheitsfirma, aber es gibt nur wenig gute. Und die Kunst ist, dass man es von denen abhebt. Und das fängt bei der eigenen Ausbildung an. Ich bin stolz darauf, ein Teil von SDH zu sein. Mit einer Nummer, einer Türsteuer. Und einfach einen Namen zu haben. Ein geiles Team mit 100%iger Zuverlässigkeit. Wer die Jungs von Pascal und SDH kennt, der weiß, die haben richtig Bock drauf. Die Festivals kommen. Wer sie noch nicht kennt, jetzt ist der Zeitpunkt. SDH ist euer Ansprechpartner für alles. Von der Planung, Absicherung unter gesetzlichen Aspekten, Durchführung, Einsatz von Ausrüstung und Material. Ja, wir sind zum Ersthelfer. Das Komplettpaket.